Wir fahren von Düsseldorf nach Lüttich, von Lüttich nach Eindhoven. Eindhoven, ja, kenn ich. Von da wieder zurück nach Düsseldorf. Und da wieder zurück, ja, ja, da fahrt er wieder zurück über Holland Richtung Deutschland. Wir machen eine Fahrradtour und wir dokumentieren die selber. Ja, schön. Rechts abbiegen auf Düsseldorfstraße. Achtung, Glitzer. Johannes, was hast du da gebaut? Ein Stativ. Nach 400 Metern fahr nach Nordwesten. Nordwesten. Das ist doch ein bisschen rund. So ein Record steht da, also R-E-C. Zoom kann man oben auch. Hier, ne? Ne, hier. Ah ja. Genau so und... Okay. Let's go. Das ist doch der Nase nach. Wir sind hier nämlich angekommen, ne? Ich suche einen Schlafplatz. Ich glaube, da ist kein Saft drauf. Ja, aber auf dem Stacheln ist trotzdem noch ein Stachel drauf. Wir bauen uns oben drauf. Ja, aber checkt mal hier drüben bitte die Bahnen. So Leute, da ist Lüttich. Und hier sind wir. Hier kommt der Son. Da, 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 da. Hier kommt der Son. Und I see it's over. Ich bin jetzt über die Mars raus. Den ersten Stich des Tages hoch. Nach 100 Metern links abliegen. 15.30 Uhr und wir haben die Hälfte der Strecke, nicht Marc. Da kann Tür 1 rufen. 11 noch. 11 Kilometer. 36 Minuten sagt Google, aber ich sag mal so. Machen wir daraus 20. Wir sind heute 124,8 Kilometer gefahren. Und morgen? Laut Plan 112 oder 113 je nach Route. Das sind so nah am Wegzelten. Geil, da kommt der nächste Grund. Ach, das ist auch ein Weg. Ciao. Was für Wurst. Wie mache ich mich so hochweig? Sorry. Sorry. Oh, Englisch. Can I also be in the picture? Lars will join us in the tour. No, I'll just go back to school now. Der Windschatten wird genutzt. Wenn, dann rechts abbiegen. Der Windschatten wird genutzt. Oh, Flowers. Die Pommes wird schon gestillt. Wir sind am Reitweg. 8 Kilometer. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. Du hast das Ziel erreicht.